Hallo und willkommen hier zu diesem ersten Video zur Grifftabelle. Meine Akkorde möchte ich später anpassen, um neue Lieder das Ganze erweitern können. Wie die Datei aufgebaut ist, erfahrt ihr erstmal in diesem Video. Zum Lernen meiner Lieder brauche ich natürlich a den Liedtext, den habe ich vorliegen in Notenbüchern, dann aber auch eine Liste der Akkorde, die ich spielen möchte, passend zu dem Titel. Und wenn ich zum Beispiel auf meinen Lernen hier zurückgreife, ja hier, ich suche mal L, dann sehe ich zum Beispiel, ich habe eingangs hier folgende Akkorde gespielt, das waren die fünf Eingangsakkorde gerade. Und damit ich auch, ja, für meine Titel eine entsprechende Akkordliste habe, habe ich zwei Tabellen aufgebaut. Basis ist diese Akkordtabelle, die muss ich als erstes machen. Das heißt, ich habe einmal von, ja, der unteren Basisseite, dem kleinen E, H, G, D und A und E, habe ich mir das Ganze hier aufgebaut, also von unten her, von der Gitarrenunterseite her gesehen. Und das habe ich hier 20 Mal wiederholt, weil ich 20 Bünde auf meiner Gitarre habe, ob ich die spielen kann oder nicht, lassen wir mal hingestellt. Dann habe ich hier den Bund erwähnt, also auf dem Griffbrett die diversen Bünde. Hier bei Akkord Bund 1, Bund 2, hier drunter habe ich es nochmal geschrieben, damit ich mich auf meiner Gitarre besser orientieren kann. Das müsst ihr für eure dann anpassen. Vielleicht habt ihr auch im dritten Bund hier so ein Sternchen-Symbol auf dem Griffbrett. Ja, formatiert euch das da einfach drüber. So, ich habe dann hier einfach mit einer Formel, nämlich nimm diesen Wert hier plus diesen Wert, habe ich den Seitencode hier hergestellt und das kleine E, weil ich habe ja ein großes E, die obere dicke Basisseite und hier das kleine, die dünne Seite. Da habe ich einfach eine Leertaste vorgesetzt, damit ich in meinen Formeln das Ganze unterscheiden kann. Hier fällt mir das Ganze ja nicht auf. So, und dann erweitere ich einfach für jeden weiteren Akkord, den ich habe, zum Beispiel mal den Fantasie-Akkord Kuckuck. Ja, erweitere ich das Ganze und dann könnte ich diesen Akkord später auch auswerten. Deshalb habe ich natürlich hier diesen Datenbereich genommen und als Tabelle formatiert. Das heißt, ich sehe oben bei den Tabellentools. Das ist meine Tabelle Akkorde, so habe ich sie genannt, sonst hätte sie Tabelle 1 geheißen. Also, diese Spalte lösche ich natürlich hier direkt wieder raus. Das ist meine Basis. Also, für jeden neuen Akkord, den ihr lernt, fügt ihr einfach hier ein Akkord hinzu und den könnt ihr dann auch später auswählen. Dann muss man natürlich die Liste seiner Lieder pflegen, also zum Beispiel Hey Jude von den Beatles. Ja, und dort habe ich auf meinem Zettel A den Liedtext, B die Akkorde, die ich spielen möchte. Und ich habe hier auch ausgeblendet ein paar Spalten, welches YouTube-Video zeigt mir, wie man das Lied zu spielen hat, aus welchem Buch, von welcher Seite dort habe ich den Liedtitel. Und hier gilt es natürlich die Titel auszuwählen oder die Akkorde auszuwählen, die ich auch habe. Und deshalb habe ich das Ganze hier formatiert mit einer bedingten Formatierung, dass mir das rot angezeigt wird. Ich habe hier mal 14 Akkorde vorbereitet. Ich habe das markiert. 14 Akkorde, weil ich ein Lied habe, das braucht 13 Akkorde. Also, das ist schon heftig hier. Das ist von Eric Carmen, All By Myself. So, das heißt, ich habe das markiert und da habe ich bedingte Formatierungen drauf. Zwei Stück. Einmal habe ich einen Akkord doppelt eingegeben, weil ich vielleicht ganz in der ersten Liedzeile und in der letzten den Akkord habe und dann habe ich ihn doppelt hintereinander eingetragen. Das wird mir hervorgehoben. Und wenn ich einen Akkord nicht in der Akkordtabelle habe, gucken uns das an. Bedingte Formatierung im Register Start. Zwei bedingte Formatierungen, die sehe ich mit Regeln verwalten. Und meine erste bedingte Formatierung, die ich gesetzt habe für den ganzen Datenbereich, ist folgende Formatierung. Ich frage zunächst, ist die Zelle und jetzt stellvertretend diese hier, H2 für alle anderen, ist diese Zelle zum einen nicht leer. Und ist folgendes ein Fehler, nämlich wenn ich diese Note, diesen Akkord, Entschuldigung, diesen Akkord suche, in der ersten Zeile der Akkordtabelle, da habe ich die Funktion Vergleich genutzt und suche mit dem Vergleich diesen Akkord, diesen Akkord, diesen Akkord und alle anderen natürlich, in der ersten Zeile der Akkordtabelle. Wenn das ein Fehler ist und die Y nicht leer ist, dann mach es rot. Gucken wir uns das mal an. Das heißt, findet der den hier in dieser Zeile, in dieser Zeile AM, da habe ich ihn, hier, dann ist das ja kein Fehler. Aber bei dem zweiten Akkord hier, den habe ich noch nicht hinterlegt und den müsste ich erst mal noch nachschlagen. Und ja, dann zeigt er mir das Ganze schon mal rot an. Wenn ich jetzt aber AM, ich mach das mal hier hinter, doppelt eingebe, dann frage ich einfach, ist der Titel hier, wenn ich das zähle, in dieser Zeile, ist der einfach doppelt vorhanden? Ich klicke mal nur hier drauf. Ja, ist der hier doppelt vorhanden? Klick, klick. Also ist der hier zum einen nicht leer, weil leere sind ja auch mehrfach vorhanden. Und wenn ich den zähle in dieser Tabelle von Spalte H bis Spalte U, wenn ich H2 zähle, ist der mehr als einmal vorhanden? Wenn ja, färbt mir das Ganze gelb ein. Das habe ich hier bei Formatieren eingestellt. Das heißt, zum einen frage ich, habe ich den, zum anderen frage ich, habe ich den vielleicht doppelt eingegeben? Wenn ja, hebt mir den optisch hervor. Und wenn ich das hier wirklich als Basis habe, dann kann ich das Ganze auch, ja, auswählbar machen. Dafür habe ich hier diese Liederspalte markiert und habe der einen Namen gegeben, hier, hier an dieser Stelle. Diesen Namen finde ich auch bei Formeln Namensmanager. Ich habe diese, ja, auch, ich habe den sogar doppelt drin. Das war nicht beabsichtigt. Ich habe den einmal RNG-Titel, einmal RNG-Lieder genannt. Das habe ich allein aus diesem Grund gemacht. Also diese Liste erweitert sich ja. Das nächste Lied, ich übe gerade Stille Nacht, Heilige Nacht. Ja, wenn ich das jetzt hier dann hier auswählen wollte, ja, dann steht es dann da auch automatisch in dieser Liste. Aber damit es hier stehen kann, hier habe ich Daten ausgewählt, Daten, dort die Datenprüfung, Datenüberprüfung. Und dort habe ich gesagt, was nehme ich? Die Liste RNG-Titel, RNG-Titel, das heißt, die andere, diesen anderen Namen, den kann ich löschen. Der ist jetzt hier versehentlich doppelt drin. Also gleich RNG-Titel und dadurch kann ich den abrufen. Und ja, wenn ich jetzt hier ein Lied von Nena zum Beispiel abrufe, dann sehe ich auch, okay, ich habe mit einem S-Verweis einfach gesagt, suche mir diesen in der Tabelle Lieder, in der ganzen Tabelle Lieder, das ist hier diese Tabelle, dort in Spalte 2 eine exakte Übereinstimmung. Das ist die Interpretin hier. Suche den hier in dieser Spalte. Diese Tabelle heißt Tab Leader. Suche den vorne. Und wenn du den gefunden hast, dann gib mir mal die Nena hier wieder. Und dann bauen natürlich hier eine Menge. Ja, S-Verweise habe ich jetzt hier genommen und vergleiche hier auf die Tabelle auf, dass ich A die benötigten Akkorde herausbekomme, das ist ein Thema für das nächste Video. Und von den Akkorden, die ich hier stehen habe, dann entsprechend hier mir die Noten anzeigen lasse. Aber das gucken wir uns im nächsten Teil an. Also, was ihr hier schon mal machen könnt, wenn ihr euch die Datei runterladet, ihr könnt die Akkorde erweitern. Einfach nur hinten dran gehen. Neue Spalte. Der Akkord ist verfügbar. Und ihr könnt die Liederliste erweitern. Unter dem Link findet ihr lediglich Greensleeves monumentan eingetragen. Das heißt, ihr könnt einfach darunter einen anderen Titel eingeben. Hier die Akkorde. Und dann könnt ihr die schon auswählen. Das heißt, das Projekt wächst nach und nach. Und ich würde mich einfach freuen, wenn da jemand komplette Liederlisten oder so natürlich für andere bereitstellen kann, indem man die mal eingegeben hat. Vielleicht auch ein Musikverlag, ja. Oder hier ein Musik-Youtuber. Wäre natürlich spannend. Aber das ist eine ganze Menge S-Verweis, was auf uns zukommt. Spannend fände ich dann noch das Projekt, das ganze Reverse anzugehen. Aber das ist mal ein Knobel-Thema. Das heißt, ich gebe hier meine Akkorde ein. Und, oder ich gehe, ja, welche Seiten ich spiele. Und dann soll er mir passend den Akkord anzeigen. Den soll er mir dann aus meiner Akkordtabelle rauspolen. Da gibt es zwar tolle Internetseiten, aber das möchten wir schon per YouTube lösen, hier per Excel lösen. Was ihr in diesem Video gesehen habt, der Aufbau der Akkordtabelle zum Nachbauen. Gesperrte Seiten habe ich mir Minus angezeigt. Und die Lieder-Tabelle, die hier mit bedingter Formatierung auf die Akkorde zugreift, in den Akkorden wie auf die Lieder zugreift. Und der Rest folgt dann im nächsten Teil. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß an der Klampfe.